er schwimmt aber egal naja warum ist da eigentlich gerade target gespielt also keine namen ist geil heißt der dänen chrono ticker verdammt wie heißt es secret of the forest genau wir sind angekommen wir sind wir sind wieder im drahtwald vor ein paar tagen hat hier alles begonnen aber wir sollten die dicke ritter suchen mit was sagt das die jeweils moment punkt punkt was das kann doch nicht was ist denn los das signal ist weg was nein warum das ich habe keinen schlimmer verdammt das jetzt diese andere dicke ritter ist jetzt bestimmt nicht in drahtwald dafür war zu weit entfernt nun die strömmung werden sich ein paar stunden neu regulieren leider könnten ja auch andere gebiete besuchen punkt punkt danke für das angebot aber diese riesige dicke werden abzusuchen der zeitverschwendung mit ich habe ein ich habe da eine idee den ganz ohr die team und barbara leben doch hier im wald die waren aber es war schon nicht da beide sind tolle zauberer sie könnten uns vielleicht helfen sie waren aber jetzt ist man nicht da hast du schon vergessen dass sie da das schon mal probiert haben sag ich doch aber es heißt nicht aber es heißt nicht eigentlich die verschwarten wo irgendwie irgendwie ja plopp aufgelöst tut mir leid was anderes fällt mir nicht ein na gut versuchen wir es was würde es aus dir warm und ich bin das endlich wieder frei ich weiß noch nicht ich würde wohl die welt am wenig erkunden jedenfalls vielen dank für eure rettung was war doch selbstverständlich was bitte ist da war man wieso bitte viel dank für eure rettung ach geil macht's gut warm und wir hätten uns sicher wiedersehen mit folgen mir ich führe dich ich führe dich durch neuer wort er wort nachtstellung schalte gaber und erschwerten charakterfrei also ok na gut sei vorsichtig im drahtwald nachts werden euch die die gewonnen angreifen verteidigt durch danke das werden wir je neues die gewonnen die geänder leiser man das ist okay war das jetzt hat man welches deutsch ist das glaube ich da gab man genau level lucky art meeres die multiple steile attacke scheren zauber hat man das kann doch ich weiß nicht in welcher staffel das vorkommen dass ich das kenne ich glaube das hat auch irgendwann 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 etwas gegeben weil jemand hat das als typ als die partner die man mit irgendeinem charakter ok ja wir machen jetzt schluss wir sind das nächste mal bei let's play final stories auf 14 leute auf wiedersehen